Heyo! Ich plane aktuell an einem riesigen Click-Game. Vielleicht bin ich zu dem Zeitpunkt bereits am Arbeiten, wenn ihr das seht. Da ich Videos immer im Voraus produziere, ist das halt gut möglich. Was auch bedeuten kann, dass keine Videos kommen, vor oder nach dem Projekt, je nachdem. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade rede, ist es sogar 2020 und ich habe keinen Plan, wie das Projekt ausgeht. Aber ich schweife ab. Ich möchte, dass ihr am neuen Projekt mitarbeiten könnt. Wie? Ihr könnt Fragen in die Kommentare stellen an die Charakter, wie ihr sie aus meinen Animationen oder von TikTok kennt. Denkt daran, dass diese nicht der FNAF-Theologie folgen, sondern meiner eigenen Story. Bei den FNAF-Charakteren handelt es sich um Cosplayer, die eine FNAF-thematische Pizzeria betreiben. In diesem Click-Game werdet ihr einen Journalisten spielen, der nicht ins Dunkle bringen möchte. Da einige Gerüche sagen, dass wohl wirklich dort Kinder verschwinden sollen oder sowas. Schreibt auch gerne eure Gerüche in den Kommentaren mit und guckt wahrscheinlich ins große Projekt. Das war's von mir. Euch noch ein schönes Wochenende. Weit Ende und out.